So, ey Leute, was geht? Es gibt wieder ein neues Game, Fall Guys, das ist sowas ähnliches wie Takeshi's Castle, so ein Battle Royale Game. Das ist mega geil, das ist gerade übel im Hype. Ich würde sagen, erstmal rein in die erste Runde. Junge, Alter, was ist denn da los? Okay, wir sind anscheinend zu, ich weiß nicht, ob wir zu 100 oder zu 60 sind. Ich glaube, es sind 60. Okay, auf jeden Fall, ja, hier stehen alle und da vorne müssen wir hin. Ich habe noch gar nicht gezockt, ich habe nur ein paar Videos eigentlich dazu gesehen. Aber ich habe gehört, es soll verdammt schwer sein. Ja, es ist übel schwer. Okay, ich habe schon ein paar Settings gemacht, ein paar Settings umgestellt. Oh, shit. Okay, okay. Ey, das ist fast jetzt los. Okay, 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 okay. Oh, da durch. Komm, komm, komm. Alter, es ist ja viel zu wild. Oh Gott. Ey, die Kamera ist auch einfach... Weiter, 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 weiter. Oh, richtig gut, richtig gut. Oh no. Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, ich schaffe es. Komm, bitte, 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 bitte. Gun, 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 gun. Okay, nice. Nice, sehr gut. Alter, war ja richtig intens. Runde beendet. Okay, das war jetzt der erste Parcours schon. Und jetzt sieht man hier, wie man rausfällt, wenn man verkackt. Ja, genau. Die sind alle raus, alle anderen haben es geschafft. Alter, ist so geil. Alter, das Spiel hat so ein Potenzial. Ist mega geil. Auch vom Design her fühle ich es einfach übel. Genau, es gibt hier so Minispiele einfach. Es gibt ja richtig viele Minispiele. Bleibt das jetzt auch stehen? Oder... Hallo? Also... Muss ich was drücken? Ah, ne, jetzt. Okay. Schleimkraxler. Was ist das? Ich glaube, ein Parcours. Okay, das ist einfach wieder ein Parcours. Ich habe gehört, der soll richtig schwer sein. Alter, der soll wirklich sehr, sehr schwer sein, der Parcours. Genau, die letzten von... A35 können sich qualifizieren von den ganzen Leuten hier. Alter, es ist viel zu wenig. Ich muss ganz dringend durch. Wow! Was ist los mit denen? Die nehmen übelst die Abkürzung. Oh, ey. Oh, sehr gute Abkürzung genommen. Oh, schnell, 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 schnell. Nein, 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 ich werde... Oh. No. Nicht geschafft. Alter. Viel zu stressig. Das ist wirklich viel zu stressig. No. Kann man hier nicht... Doch. Ey. Oh mein Gott. Okay. Okay. Alter, das ist ja viel zu schwer. Und was mit den anderen? Warum bin ich denn ausgeschieden? Ey, ich check das überhaupt nicht. So, neuer Parcours, neue Runde, neues Glück. Diesmal wird's aber hoffentlich was. Okay, das ist aber länger als das andere. Oh, jetzt können nur 30 den Parcours schaffen. Okay, ich bin zwar jetzt noch ultra schlecht in dem Game, aber ich hab da so viel Bock drauf. Also, ich hab da richtig Bock drauf. Und hab da auch vor, richtig zu schwitzen. Okay. Oh, no. Ey, was? Ich kann ja nix machen. Oh, das war gut. Alter. Was? Ich wurde übel durchgecarried einfach. Ey, ich check das nicht. Alter. Okay, nice, 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 nice. Sehr gut. Bis jetzt läuft's ganz gut. Oh, komm, 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 komm. Sehr geil. Okay, einfach laufen. Ey, man kann hier auch Leute greifen. Das hab ich auch gesehen. Oh, nein. Die schmeißen sich alle vor mich. Komm, durch die Mitte. Durch die Mitte. Das hab ich gesehen. Das ist wichtig. Nein. Oh, no. Wo lande ich jetzt? Komplett am Anfang. Ne, doch nicht. Okay, komm, 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 komm. Ja, geschafft. Wichtig. Okay, okay, okay. Ja. Okay, 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 komm. Nein. Oh, mein Gott. 4 von 30. Komm, komm. No. 8 von 30. Komm, lass mich da. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Springen. No, zu früh gesprungen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Gönn, 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 gönn. Oh, das ist so schwierig. Oh. Ey, alle sammeln sich hier. Ich, ey, ey, das kann nicht sein. Ja, 27 von 30. Scheiße. Ey, warum ist das so schwer, dieses Game? Ey, ich frag mich echt, wie lange es dauern wird, bis ich den ersten Win bekomme, Alter. Weil es ist, ich denke, das ist auch sehr viel Glück dabei, weil diese ganzen Minispiele, die gibt's auch in Teams, also gibt's auch Teamspiele. Und das ist ja übel abhängig von deinen Teammates. Okay, das sieht ganz nice aus, eigentlich. Ich glaub, ich glaub, hier hab ich gute Chancen. So. Alter. Okay, okay, okay. Ey. Ey, ich bin übel weit hinten. Das ist halt gar nicht gut. Okay, rechts. Da kommt gleich die Kugel. Kurz ausweichen. Kurz hier ausweichen. Okay, okay, okay. Richtig. Weiter, weiter, weiter. Wir gehen nach links. Komm, komm, komm. Nach rechts. Nach links. Alter, nicht so schnell. Oh. Achievement. Komm, komm, komm. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da vorne ist das Ziel. Ich kann's schon sehen. Was kommt jetzt? Oha. No. Oh. Okay, okay. Ja, ist gut. Okay, nice. Hab's geschafft. Okay, hier rollen die Kugeln random. Oh, 21. Okay. Sehr gut, gerade noch so geschafft. Aber es fallen aber auch nicht viele raus. Es sind wirklich nur... Wie viele sind denn das? Zehn? Ja, ich glaub, es sind doch zehn. Zehn fallen am Anfang raus. Aber es waren noch nicht hundert in der Lobby. Ey, schon wieder Schleimkraxler. Das ist doch so ein Scheißgame. Ja, das, 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 das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Ey, ich bin natürlich auch ganz hinten. Okay. Wo ist meine Maus da oben? Okay, okay. Komm, komm, komm. Die Abkürzung hier. Wenn die Abkürzung mal klappen würde. Alles klar. Ach so, da kommt irgendwie... Es wird überschwemmt. Von Schleim. Ah, okay. Ich würde sagen, noch ein Game machen wir. Und dann muss ich da ganz schön viel noch lernen. Ganz schön viel üben. Aber ich hab da richtig Bock drauf. Auf jeden Fall besser zu werden. Und vielleicht kann ich ja dann auch irgendwann mal so ein paar Tipps und Tricks raushauen. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Komm. Diesmal. Jetzt. Jetzt wird's. Komm. Go, 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 go. Okay. Muss man auch festhalten. Festhalten ist ziemlich underrated. Boah. Ja, scheiße. Okay, okay, okay. Wichtig. Weiter, weiter, weiter. Jetzt springen. Ja, sehr gut. Springen. Nochmal. Wo? Wichtig. Alter, richtig gut gerade. Ey, die müssen doch jetzt alle mal hängen bleiben. Komm. Ey, das gibt's nicht. Ja. Alter, ich werd. Ich komm ja nicht hoch. Wie schlecht. Ich hab grad fünf Jahre gebraucht, um da hochzukommen. Oh mein Gott. Ey, wenn. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin. Ich bin ganz hinten. Und der kommt nicht mal hoch. Ich glaub, der hat gar keinen Bock mehr. Aber ich fühl ihn gerade. Ich verkack gerade auch. Ey, das schaff ich ja nicht mehr. Wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Geht ja einfach nicht mehr. Vier von 38. Alle chillen da vorne. So, bin wieder da. Ich hab mich, äh, ich hab mich jetzt beruhigt. Einigermaßen zumindest. So gut es geht. So gut es ging. Oh Mann. Das Spiel ist auf jeden Fall geil. Sehr viel, sehr viel Potenzial drin. Hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich werd auf jeden Fall noch spielen. Ihr werdet auch sehr viel noch wahrscheinlich mitbekommen vom Game. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal einfach bei der nächsten Runde vor, guys. Also dann, haut's rein. Ciao, ciao. Alter, ich bin schon wieder so weit hinten, man. Ich kann doch gar nicht mehr aufholen. Ey, das kann doch nicht sein, man. Ey, das Spiel ist genauso schlimm, Alter, wie alle sagen. Alter, Digga, da rastet man einfach direkt aus. Das Spiel ist genauso schlimm, Alter.